Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800 hier bei Heisenberg. Zack, so unsere Eisenproduktion ist in vollem Gange. Die Lore fährt zwar nicht, aber vielleicht fährt sie noch. Wir werden es rausfinden. Und hier haben wir natürlich noch ein paar Sachen, die... Oh, ich wollte doch gar nicht einen Weg bauen. Nein, 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 das wollte ich nicht. Wir gehen hier schnell raus. Ich wollte gucken. Oh, können wir tatsächlich bauen? Guck mal. Zack, machen wir. Ah, und dann steht das Teil. Wie sieht es denn mit dir aus? Ne, können wir noch nichts machen? Haben wir sonst noch irgendwo was, was wir irgendwie entblau pausieren müssen? Ne, das Teil steht. Okay, 95%. Ja, ist natürlich für die Leute nicht ideal, wenn hier so ein Teil ist. Und wahrscheinlich auch nicht für die Bäume, wenn man hier so guckt. Weil hier ja doch irgendwo, hier unten sind die Holzfäller. Aber, okay, irgendwo... Ja, es geht halt nicht anders. Ich meine, die Mine muss dahin, wo Eisen ist. Also das kann man nicht anders machen. Gut, wir hätten hier noch Stahlhammer. Hier, die Knarren, also die Waffen. Eisenmine. Haben wir doch, glaube ich. Bist du nicht eine Eisenmine? Moment, ich gucke mal schnell. Eisenmine. Doch, doch, haben wir. Gut, dann müssen wir das, glaube ich, nicht mehr bauen. Da haben wir... Das ist eigentlich das Gleiche wie für hier. Okay, dann haben wir das ja gebaut. Dann müssen wir hier einfach... Furnace haben wir auch schon. Aha, dann müssen wir aber eine Waffenfabrik bauen. Statt dem Teil hier. Gut, machen wir mal. Moment, ich muss mal kurz das da durch. Jetzt passt's. Ähm. Drehen. Hier haben wir vielleicht so. Zack, Blaupause steht. So, dann fehlen im Prinzip jetzt die beiden Produktionsstätten noch. Die Stahlfabrik. Und hier die Waffenfabrik. So, dann sind wir dann aber gerüstet. Heavy Industries produce a lower rate. You can temporarily adjust working conditions to increase produce tea. Okay, das heisst, wir können hier eigentlich rauf, aber dann müssen wir hier halt wieder aufpassen. Ähm. Wir gehen mal hier auf... Eins. Dann haben wir hier Null. Okay, das ist nicht alle Welt, aber immerhin. Dann haben wir das Brot. Wir gucken mal, was wir mit den Arbeitern machen können. Ja, ich möchte halt nicht ins Minus kommen, weil das... Wie soll ich sagen? Das kann dann böse enden. Sagen wir es mal so. Hier können wir eigentlich immerhin... Ja, auf zwei. Ne, doch nicht, aber auf eins gehen. Okay, Change. Hier, Segel machen. Na, liebe Segelmacher. Geht auch nicht wirklich. Und runter gehen. Ja, ist klar. Dann freuen sich die Leute. Da müssen sie weniger arbeiten. Äh. Okay, wir bleiben, wie wir hier sind. Beziehungsweise nein, möchte ich nicht. Ich möchte die Null haben da oben. Nämlich so. Gehen wir sogar noch eins runter. Dann gibt es halt ein Segel weniger pro Monat. Ist ja auch nicht so schlimm. Da haben wir noch was. Äh, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Oh doch, hier können wir tatsächlich... Guck mal. Oh. Das ist ja krass. Hier können wir tatsächlich auf acht gehen. Okay, dann machen wir das. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Gut. Ansonsten, das hier ist noch gesperrt. Wir müssen jetzt warten, bis wir diese Blaupausen bauen können. Gehen wir mal kurz zum Hafen hier unten. Hier haben wir noch weitere Blaupausen. Die allerdings alle auch noch nicht funktionieren. Ich meine, bei den Kanonen ist es klar. Die werden wahrscheinlich erst hier hinten hergestellt. In der Waffenfabrik. Also, das kann sowieso nicht funktionieren, ohne dass diese Blaupause funktioniert. Aber jetzt hier mal wieder... Oh, wie schön das wieder gemacht ist. Guck mal. Ah, ich möchte näher ran. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, ja. Ah, das ist einfach sehr, sehr nett. Hat ein bisschen was Steampunkiges, das ganze Bild. Aber hier Leben ist natürlich schon Käse. Boah, was hier für ein Rauch und Qualm und Dreck und Zeugs ist, das ist definitiv nicht angenehm. Aber ja, es hat ein hartes Geschäft, die Eisenproduktion. Ob hier vielleicht nicht doch irgendwann eine Lore runterkommt? Wahrscheinlich verpasse ich es dann genau. Kann doch nicht sein. So ein Detailverliebtheitsgrad. Hier auch bei den Sachen und so weiter. Und dann fährt hier die Lore nicht. Hm. Oder sie fährt vielleicht auch noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Das ist eine Beta. Ich sage es gerne nochmal. Gut, game saved. Okay, können wir hier schon? Nein. Was müssen wir denn machen, dass wir hier zu Bier kommen? Unlock Condition Workers. Ah, da fehlen noch ein paar Arbeiter. Okay. Die kommen und wir werden hier nochmal ein paar Häuschen hinstellen. Ich würde die aber vielleicht doch nicht hier in den Smog reinpacken. Sondern eher, dass wir hier unten noch ein bisschen was machen. So, hier welche, hier welche. Und hier welche. Das passt soweit. Dann machen wir hier gleich mal eine Strasse rauf. Okay. Und hier gibt es wieder einen Park. Weil, wenn da hinten schon die Eisenmine ist, dann kann es nicht schaden, wenn die hier auch noch ein bisschen eine grüne Lunge haben im Zentrum drin. Okay. Passt vielleicht hier nochmal irgendwie eine Wiese dazwischen. Okay. Gut. Diese insuffizienten Worker, die beschäftigen mich tatsächlich ein bisschen. Weil nirgends steht, wie kriegt man das rauf. Ähm. Ich glaube, die müssen tatsächlich einfach angelernt werden. In diesen Betrieben. Anders wird es nicht gehen. Ähm. Questbook the world. Happy times. Happy people tend to prefer to go out on beautiful parades rather than destructive riots. Okay. Das klingt schon mal gut. Ähm. Von wegen. Keine destruktiven Gewalten. And damage. Just as a... Parmesan. Oder... Traubelst du? Lighten up the days. Okay. Wir müssen hier sowieso rauf mit der Arbeitsfreude. Auf 10. Ähm. Mal gucken, wie wir das gebacken kriegen. Wir gehen hier wieder raus. So, dann haben wir da das Questbook wieder. Ich weiss nicht, ob das nicht sowieso langsam von starten geht, dass das hier automatisch rauf geht. Oder ob wir da tatsächlich hier oben nochmal was machen müssen. Ähm. Wenn ich hier zurückgehe. Change. Was passiert hier? Hier sind wir auch auf Minus 1. Wir gehen mal hier überall in den Happy-Bereich. Weil Geld etc. haben wir eigentlich. So. Dann sind wir hier überall fröhlich. Aber hier ist eigentlich Minus 1. Wobei, jetzt sind wir hier... Moment. Ja, das gibt Minus. Hä? Moment. Wenn ich hier mit der Kapazität runtergehe, dann sind die Arbeiter... Guck mal. Sind die auch irgendwie nicht zufrieden? Was muss ich denn machen, dass ihr zufrieden seid, Jungs? Ja, in die Richtung schauen wir mal nicht. Hier. Können wir so weit runtergehen. Okay, dann sind wir auf 0. Machen wir hier mal... Okay, ordentlich runtergehen. Jetzt habe ich wahrscheinlich eh gerade wieder geändert, was ich vorher schon hatte. Okay. Und hier auch 0. Das passt. Jetzt sind wir hier immerhin schon auf 6. Ob das jetzt daran liegt, dass ich hier was gebastelt habe? Ich weiß nicht. Aber ich nehme es mal an. Gut. Auf 10 müssen wir kommen. Ich hoffe mal, das kriegen wir auch noch gewuppt. Gut. Hier Getreideproduktion läuft. Eigentlich alles in Ordnung. Die Mühle mühlt. Oder mahlt. Ähm. No Production. Okay. Da fehlt tatsächlich Grain. Ja. Der wächst halt auch nicht die ganze Zeit. Ähm. Sollen wir hier nochmal so ein Teil machen? Also irgendwo das... Irgendwo hier hinten, wo wir Platz haben. Wir machen hier nochmal so ein Teil hin. Ähm. Wo war mein Brot? Das haben wir hier. So. Wir gucken mal. Wo haben wir denn Platz? Wo haben wir keine Minen? Hier eben haben wir noch Öl etc. Eigentlich hier unten. Also beziehungsweise hier. Das würde ich hier hin machen. Und dann mit dem ganzen Getreide hier rauf gehen. Wäre meine Idee. So. Machen wir da hin. Unsere neue Getreidefirm. Und jetzt gibt es hier einen ganzen Packen. Da geht es nicht. Da ist wieder irgendwie ein Ding. 144. Das reicht sogar schon. So. Gehen wir mal da ran. Gehen hier. Achso. Ja. Da müssen wir ja wieder aussen rum. Ich hoffe mal. Wir kriegen da trotzdem so ein Teil dann noch hin. Ja. Wir werden sehen. Sonst müssen wir halt die Strasse ändern. Das ist ja dann auch keine grosse Sache mehr. Okay. Da unten rein. Passt. Jetzt hier gerne noch eine Querverbindung. Kann nicht schaden. Okay. Und jetzt wüssten sie doch eigentlich da in der Mühle genug Material bekommen. Die Kirche möchte noch nicht gebaut werden. Die Teile auch nicht. Was haben wir denn sonst noch hier? Die Schiffswerft. Haben wir auch noch nicht gebaut. Schade. Das wäre cool zu sehen. Wie die hier natürlich noch bauen. Ja. Gefiescht wird. Das ist beruhigend. Das bleibt hier bei 6. Wir müssen irgendwie. Ja. Den Gefallen am Arbeiten erhöhen. Das ist natürlich eine Kunst für sich. Indem wir vielleicht noch einen Papp hinstellen. Ähm. Also einen Papp. Nicht einen Papp. Wo war denn das Papp? Schnaps. Schnaps. Die Produktion. Die haben wir eigentlich. Wir brauchen hier das. Das ist ein Papp. Wo haben wir das andere? Das steht irgendwo. Da hinten ist das Papp. Okay. Wenn wir. Ist das ein anderes Papp? Das sieht ein bisschen anders aus. Wie das hier. Guck mal. Ne. Ist eigentlich fast das gleiche. Gut. Das ist da unten. Dann würde ich hier oben gerne noch so ein Teil haben. Damit die Leute hier auch. Vernünftig. Ein bisschen. Ihre Freizeit geniessen können. Wobei vernünftig ist natürlich relativ. Aber. Sie kriegen sicher Spass hier unten. Mal gucken. Ob das was bringt. Nehmen wir an. Schnaps kriegen sie. Ähm. Da müsste die Produktion ja eigentlich. Soweit funktionieren. Gut. Hier hinten nochmal gucken. Oh. Da können wir tatsächlich was machen. Entweder die Stahlfabrik. Ne. Die Waffenfabrik geht noch nicht. Aber die Stahlfabrik. Zack. Die können wir aus dem Boden stampfen. Ach. Das ist einfach so schön gemacht. Genial. Cool. Auch so ein richtiger. Ja. So ein richtiger Dreckmoloch. Anders kann man es gar nicht sagen. Wow. Und hier. Steel Punk. Und jetzt ist die Happiness wieder runter gegangen. Ach. Eje. Wie kriegen wir die denn wieder rauf? Wir müssen hier im Prinzip mit der Produktion runter. Damit das hier rauf geht. Anders geht es gar nicht. Okay. So hätten wir plus zwei. Wir machen das mal. Dann gehen wir hier. Aha. Jetzt haben wir es eh schon geschafft. Dann können wir das eigentlich lassen. Dann müssen wir hier nichts machen. Ähm. So. Gehen wir rauf. Hier. Das ändern wir auch wieder. Weil das war ja eine Quest. Die wir einfach für den Moment hatten. Ist jetzt ähm. Das Bier sozusagen freigeschaltet worden. Kann das sein. Da haben wir minus eins. Das wollen wir nicht. Wir gehen auf null. So. Den Rest lassen wir. Äh. Nein. Noch nicht. Okay. Das war mal eine Quest. Die wir. Ja. Zu leisten hatten. Sozusagen. Aber das hat keinen Einfluss darauf gehabt. Dass wir jetzt hier irgendwie was zusätzliches freigeschaltet bekommen. Nein. Die Kirche möchte er immer noch nicht. Und die Schiffswerft. Auch nicht. Dauert jetzt natürlich wieder ein Momentchen. Weil wir gerade die Stahlfabrik hier in Betrieb genommen haben. Das geht auch noch nicht. Und hier haben wir immer noch oder wieder. Insuffizient. Dingens. Normalproduktion. 79. Processing Time. Current Prozess. Okay. Das ist aber das Pausieren des. Des Ganzen. Wood. Input Storage. Vielleicht doch nochmal ein Holzfäller. Irgendwo vielleicht ein bisschen ausserhalb. Aber der hier arbeitet halt auch nur auf 72% der Kollegen. Farmer Workforce. Maintenance is needed to keep the production running. Pause production to save costs and workforce. Okay. Farmer Workforce. Minus 5. Kriege ich das irgendwie? Moment. Farmer Workforce. Äh. Wo haben wir die Farmer? Die müssen doch hier irgendwo drin sein. Bakery Iron. Ne. Die sind hier gar nicht. Wie komme ich denn? Modified Production. Das ist. Wie kriege ich denn das Dingens? Moment. Hier mal gucken. Ach hier. Ähm. Ah. Da können wir das auch einstellen. Okay. Was sind das für Farmer? Das sind eigentlich ganz normale. Einmal Knitter's Working. Drain. Wir gehen hier mal. Ne. Da haben wir 0. Das ist doch eigentlich in Ordnung. Wo haben wir denn Minus? Ähm. Mem, mem, mem. Schiebfarm. Hier sind wir eigentlich auch auf 0. Warum haben wir denn hier unten? Ähm. 3 von 5. Farmer. Farmer Workforce. Minus 5. Und wenn ich hier gucke. Das sind ja alles Farmer. Da haben wir doch 0. Ja. Da müsste man jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen spielen. Bis man da durchsteigt. Was das ähm. Genau bedeutet. Und da fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen Spielzeit. Weil ich nehme diese Folgen praktisch alle nacheinander auf. Mit einer kleinen Essenspause dazwischen. Also zwischen der ersten Folge anno 1800 und jetzt dieser vierten glaube ich. Oder es ist schon die fünfte. Nee. Ich glaube die vierte. Ja. Da liegen wir irgendwie 2-3 Stunden. Also von daher bitte ein bisschen Nachsicht. Falls ihr wisst was das ist. Ich weiss es beim besten Willen nicht. Weil ich erst gerade angefangen habe zu spielen. Gut. Lassen wir aber mal laufen. Ich möchte hier gerne zum Bierchen kommen. Wie machen wir das am besten? Wir gehen mal raus. Ja. Ja. Geht nicht. Und die Kirche braucht wahrscheinlich dermassen viele Sachen. Ja. Da sieht man es. Wobei. Da fehlen nur noch 10. Sind das Backsteine da unten? Ich habe mich doch schon mal gefragt. Was das da unten. Da wo die 25 15 sind. Was das ist. Das müssen eigentlich die Backsteine sein. Dann fehlen noch 10 Backsteine. Dann machen wir. 67%. 67. 87. Okay. 38,55 haben wir hier. Ja. Ich denke mal wenn man genau rausgefunden hat. Was das hier bedeutet. Das hier unten mit der Workforce. Und das dann regulieren kann. Dann ist es natürlich cool. Dann kann man hier wirklich ordentlich produzieren. Hier haben wir das Ganze auch wieder. 71%. Okay. Aber immerhin. Da haben wir ja noch ein paar Bäumchen. Oh. Öl. Bild und Öl. Refenerie. Ja. Das müssen wir erst mal können. Da. Da ist doch die Polizei. Guck mal. Da ist sie doch tatsächlich. Ich habe doch noch gefragt. Ob es hier auch eine Polizei gibt. Ja. Ja. Die gibt es. Okay. Aber. Noch nicht freigeschaltet. Und hier haben wir glaube ich nichts Neues dazu bekommen. Ich glaube nicht dass das nochmal in sich selber sozusagen levelt. Weil sonst müsste man ja eigentlich eine Nachricht bekommen. Das können wir zumachen. Weil wir im Moment keine Quest haben. Okay. Und hier wird halt. Alles. Verschandelt. Was irgendwie mit Natur zu tun hat. Nur damit man Eisen hat. Ja. So sind sie die Menschen. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen. Ja. Ohne Eisen. Wäre es halt schwierig. Heute noch. Ganz klar. Boah. Wie es hier wuselt macht und tut. Man könnte tatsächlich sich einfach hinsetzen. Zurücklehnen. Käffchen geniessen. Und einfach mal zugucken. Einfach in Ruhe zugucken. Aber. Da muss ich nochmal sagen. Da müsste ich für meinen Geschmack irgendwie näher rankommen. Das ist mir zu weit weg. Aber wuseln tut es natürlich trotzdem. Und sieht relativ cool aus. Gut. Haben wir hier noch irgendwie was? Newspaper. Da haben wir dort. Notifications. Game saved. Game saved. Game saved. Ich hätte gerne mal noch ein paar neue Buildings. Liebes Spiel. Hau mal noch ein paar Sachen raus. Oder. Mach mal. Dass wir hier wenigstens die Teile noch hinstellen können. Weil. Unglücklicherweise. Ähm. Ist das die letzte Aufnahme. Die ich machen kann. Nachher muss ich dann tatsächlich mal noch schlafen gehen. Auch wenn das gar nicht so einfach fällt. Wenn man gerade so ein schönes Spiel vor sich hat. Okay. Hm. Hm. Ja. Schneller laufen lassen könnte man das Ganze natürlich noch. So. Auf zwei. Aber ich habe schon mal gesagt. Das gefällt mir beim Spiel wie Anno überhaupt nicht. Dann ist der ganze Wuselfaktor weg. Wenn sie hier irgendwie alle rumjoggen wie die Wilden. Guckt euch das mal an. Das ist wie ein wild gewordener Ameisenhaufen. Nein. Wir gehen hier wieder zu regular. Das ist zehnmal schöner. Dann stimmt die Geschwindigkeit wieder. Und es sieht einfach auch gleich wieder viel viel besser aus. So. Hier. Die Wagen werden aber auch grösser mit der Zeit. Das ist natürlich auch cool. Da war die Lupe wieder. Da habe ich bis jetzt nicht rausgefunden was die macht. Weil jedes Mal wenn ich denke ich klicke ist sie wieder weg. Die ist immer nur so ganz kurz da. Wenn ich näher rangehe jetzt. Ja. Jetzt ist sie wieder weg. Come on. Ich gehe wieder raus. Aha. Immer wenn ich. Ach so. Das ist. Okay. Das ist immer wenn ich im Prinzip rein oder raus zoome. Dann kommt diese Lupe. Interessant. Okay. Aber nicht wirklich wichtig in dem Fall. Gut. Haben wir hier hinten noch was was wir bauen wollten? Genau. Hier die Waffenfabrik. Die wir noch nicht haben. Und auch Sailing Shipyard. Geht leider immer noch nicht. Schade. Ah. Hier haben wir ja auch schon eine riesen Kanone. Automatisch. Die war sozusagen automatisch dabei. Hier beim Hafen. Der ja von Anfang an stand. Also ganz ohne Verteidigung wären wir gar nicht gewesen. Wenn jetzt von da hinten irgendjemand noch kommt. Da sehen wir aber tatsächlich andere Inseln. Aber da kommen wir eben natürlich noch nicht hin. Ja. Wir kommen hin. Aber wir können nichts machen. Das müssen wir frei schaufeln sozusagen. Okay. Da sind wir wieder in Bristol. Sauber. Gut liebe Freunde. Ich würde sagen das war es jetzt mit der Beta zu Anno 1800. Ich finde das Spiel sehr sehr cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde liebend gerne weiterspielen. Aber die Beta ist halt leider vorüber jetzt dann. Und morgen und übermorgen wo sie noch laufen würde habe ich keine Zeit. Da bin ich gar nicht hier. Es ist ein Elend. Aber gut. Wir haben jetzt vier oder fünf Folgen gehabt. Ich hoffe euch hat es den gleichen Spass gemacht wie mir. Und ja. Wenn das Spiel rauskommt. Also das müsste mit dem Teufel zu und her gehen. Dass ich das nicht let's playe. Danke fürs Zusehen liebe Freunde. Bis hoffentlich ein andermal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.